Alle diese Werkzeuge sind weg. Was könnte es sein? Stanley hat entschieden, um zu den Gespräch zu gehen. Vielleicht hätte er einfach eine Memo gewusst. Alle Türen sind geschlossen. Ich komme hier nicht rein oder raus. Willkommen zu dem Whiteboard-Ending. Ich gucke hier mal kurz rum. Ich komme wieder in diesen typischen Raum. Aber der Vorraum hier ist jetzt komplett anders als Whiteboard-Ending. Gucken, was passiert, wenn ich hier reingehe. Konsole. Bark. Wie kann ich jetzt die Konsole aufrufen? Kann ich das hier vom Startmenü aus machen? Ich tippe einfach mal auf so einen. Ne. Hm. Ich kriege die Konsole nicht auf. Komm, kriege ich es hier, wenn ich einfach so da eintippe? Hm. Hm. Wie öffne ich denn jetzt die Konsole? Bark. Bellen. Hm. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal wieder raus und weiter. Interessant. Wenn er zu einem Set von zwei öffnen Türen kam, das war nicht der richtige Weg zum Gespräch. Und Stanley wusste es perfekt gut. Vielleicht wollte er erst mal eine Stopp bei der Lounge stoppen, um es zu erinnern. Ja, ja. Wir gehen einfach weiter. Es käme hier alles schon. Wir wollen aber... Was ich noch ausprobieren möchte, ist... Wir waren da hinten... ...und wir sind noch nicht... ...da runtergesprungen. Schau, Stanley. Ich denke vielleicht, dass wir hier auf den falschen Fuß gekommen sind. Ich bin nicht deinem Wunsch. Wirklich, ich bin nicht. Ich verstehe, dass investieren in deine Hoffnung in jemand anderes kann schwierig sein. Aber das Fakt ist, dass die Geschichte über nichts, sondern dich... ...all diese Zeit. Das ist jemanden, den du verletzt hast, Stanley. Vielleicht? Kann ich? Jetzt? Was? Wirklich? Ich war in der Mitte von etwas. Hast du keine Erinnerung für andere? Bist du so überzeugt, dass ich etwas Schlimmes zu passieren möchte? Warum? Ich weiß nicht, wie ich dich davon überzeugen möchte. Aber ich möchte wirklich dir helfen, um dir etwas schönes zu zeigen. Schau, lass mich das zeigen. Lass mich das zeigen. Lass mich das zeigen, dass ich auf deinem Seite bin. Gib mir eine Chance. Nein. Nein, das gebe ich nicht. Danger! Habt ihr das Schild gesehen? Danger! Danger everywhere! Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Rot oder blau? Was nehmen wir jetzt wohl? Was würdet ihr nehmen? Hm? Ich weiß es nicht. Sollen wir auf den... hören? Sollen wir auf ihn hören? Sollen wir... Sollen wir weitergehen? Rot oder blau? Rot oder blau? Hm? Was immer auf den blau? Natürlich. Oh. Stanley walked through the red door. Nein, blau. Huch! Wir werden immer geportet. Stanley walked through the red door. Nein, der blau. Nein, der blau. Nein, der blau. Ja, der blau. Ja. Ja, der blau. Okay, eine dritte Option. Okay, eine dritte Option. Was nehmen wir jetzt? Jetzt, erzähl mir über deine Erfahrung mit dieser neuen Version. Würdest du sagen, dass das Spiel benötigt von dir mehr Auswahl? Seid frei, um ehrlich zu sein. Ich suche hier etwas wirklich kritisches Feedback. Was nehmen wir? Bitte raten deine Erfahrung für eine dritte Option. Aha! Du siehst? Ich wusste, ich war etwas. Woher kommen diese Flaschen von Inspiration? Wie wusste ich, dass das Spiel eine dritte Option brauchte? Oh! Well, es ist Instinkt, meistens. Eine Angelegenheit in deinem Kopf. Ich konnte wirklich nicht sagen, woher die Idee kam, außer dass ich... Ich fühlte es in meine Säule. Du kannst das Standard nicht teachieren. Du kannst gar nicht versuchen. Hier, based auf die Daten von deinem vorherigen Playthrough, ich habe eine neue Version compiled. Und, um perfekt zu sein, ich denke, ich habe ihn aus dem Park mit dieser. Wir schauen uns mal. Oh. Hm? Das ist January Parable, Parable. Worldwide, liegt an Bord. First, Gold only. Zwei Sekunden durch, vier Sekunden, fünf Sekunden, elf Sekunden. Oh Gott, Mr. Hayes. Awesome. Wo sind wir? Stanley. Stanley ist online. This is your 7 Stunden, 37 Minuten, 5 Sekunden. How long does it take you to get the correct door? Ich bin für 9,328 von 9,328. Jawohl, ich bin letzter. Jetzt bin ich sicher. Jetzt bin ich sicher. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Ich bin sicher. 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 Aber natürlich. Das Message des Spiels wird nur klarer, wenn du es vor 4 Stunden spielen hast. So, why don't you give it 4 hours of play, to make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. Haha. 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 Das ist doch so bescheuertes Spiel. Vier Stunden sollen wir da spielen. Haha. Passiert das doch irgendwas? Weil ich wahrscheinlich wirklich erst noch vier Stunden habe. Ich hab keine Lust mehr vor vier Stunden zu spielen. Von personen. Wer spielt denn das für Stunden? Hermann und dumm ... Ja ... Habt ihr gemacht, weil ihr Flaggen hieß oder sondern�be 악men meine? Weil wenn es der Ge Storm ist, dann weiß ich was aber tun. Ich bin ja nicht komplett aus Analyssten. Sch為什麼. So wie einfach was ich meine Erfahrung für mich mal, das muss bessere Erfahrung. Auch nicht, es verslioren kann. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin tot. Das azス youtube ist Maximiller. Danke für dich zu spielen. Ihr Input war extrem viel wert. Oh hey, seit mein Spiel war so zu viel, warum wir spielen jemand anderes? Einfach um die Angst zu geben. Mal sehen... Was haben wir hier? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, das sieht aus, wie es funktioniert. Lass uns das mal sehen. Oh, hier kann ich springen. Oh, hier kann ich springen. Das ist ein kleiner Artistic Purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here. No, hier. And then... Let's see, what does it need? I... yes, of course. And just to finish it all off... Yes, it's complete. I made this Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art. And feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. So, uh... That's... So... Well, good. Don't come in. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait. That's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Und wohin jetzt? Hier runter, ja? Oh my. It looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? No. There's also a monster. That's cool. No, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. One out of five. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Mal gucken, was er uns jetzt auftischt. Yes, I don't even know what this game is, but I love it. I know what it is. I'm trapped in a glass box with no way out. Listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Portal is that, Leute. Cool. Echt krass, was die hier eingebaut haben. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Got it. Genius. Yeah, thank you. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. And I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you. But as for me, I've had enough. So, why don't you get cozy in this room? And if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and... ... ... ... ... bin ich denn hier gelandet da geht es bergab das ist seltsam schon ein bisschen gruselig muss ich zugeben der zähler ist auch weg da ist licht licht ist böse eigentlich das ist ja geil damit habe ich ja nicht mehr gerechnet um ehrlich zu zahlen hammer gucken was jetzt kommt da sind PCs und jetzt irgendwelche überwachung überwachungsstudios was ist das interessant oh oh i wonder what he found if what he wanted was to be the leading man in his own story well perhaps he's gotten it down in wherever he is right now i wonder if he's happy with his choice and if he's learned the heavy cost that comes with it he'll understand soon what i was trying to tell him he needs me someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion that's who i am that is what i mean to this world oh yes yes i'll be back there's no other way once this ends after it all comes to a close then i'll be back the end will be here soon very soon i can wait